Heute wird Angela Merkel 70 Jahre alt, die Frau, die immer wusste, dass wir ihr ironisches Schweigen nochmal leidenschaftlich vermissen würden. Bitte, danke! Wenn wir erst das arrogante Schweigen von Olaf Scholz ertragen müssen. Willkommen bei Kurz und Schmerzhaft. Die Frage ist, wer wird die nächste? Angela Merkel. Klar ist, es muss ein Mann machen und zwar keiner aus der CDU und niemand aus dem Osten. Nein, die neue Angela Merkel heißt Robert Habeck. Der hat ihr schon vor ihrem Geburtstag gratuliert und zwar im Rolling Stone. Das ist die Bravo für Erwachsene. Nur ohne Dr. Sommerteam. Das Tolle war, Habeck schrieb vordergründig über Merkel, aber eigentlich über sich. Ich zitiere, Angela Merkel war ganz und gar Exekutive. Sie führte ihre Partei, wie sie lebte und regierte. Die Union sollte Deutschland dienen. Oder hier, Merkel konnte man sich beim Kuchen backen oder Kartoffelschellen oder beim Tatort gucken vorstellen. Zitat Ende. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen will. Merkel im Pyjama oder Astronautenschlafanzug vorm Fernseher? Das bedeutet, Habeck schreibt über Merkel aber eigentlich über sich. Man spürt in jeder Zeile, wie er sich denkt. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich Kanzler von Deutschland wäre. Ja, das war jetzt Rio Reiser. Für den Rolling Stone sowas wie Newcomer. Habeck sagt weiter, Merkel wollte uns alle Zumutungen ersparen. Und dann stellt er mitten in einer Grußbotschaft an Merkel sein eigenes Regierungsprogramm vor. Nicht nur analysieren, sondern auch handeln. Nicht nur nüchtern sein, sondern einnehmend. Im Grunde möchte Robert Habeck Angela Merkel plus X sein, plus Emotionen und plus Erklärbier-Qualitäten. Und wenn man ihn heute sieht, wie er für uns leidet, wenn er spricht, muss man sagen, das kann klappen. Er ist für mich schon jetzt sprachlich der Herbert Grönemeyer der deutschen Politik. Jetzt kann man natürlich einwenden, welche Chance hat denn bitte Robert Habeck, Bundeskanzler zu werden? Der Chef irgendeiner 15-Prozent-Partei? Richtig gar keine. Der nächste Bundeskanzler wird, und da lege ich mich jetzt mal fest, Friedrich Merz. Und der muss dann nach der Wahl schwarz-grün machen. Und dann greift das, was von Merkel bleibt. Ich nenne es das Merkelsche Paradox. Jeder Regierungschef muss die Reformen umsetzen, die ihm radikal widersprechen. Es war eine neoliberal-konservative Kanzlerin wie Merkel, die aus der Kernkraft aussteigen musste und den Mindestlohn einführen musste. Es muss also Friedrich Merz sein, ein verknöcherter Mann von vorgestern, der seinen Albtraum und den Traum seiner Erzfeindin Merkel in die Realität überführen muss. Schwarz-Grün. Und Habeck wird wieder Vizekanzler, aber ohne, dass ihm Christian Lindner im Weg rumsteht. Schwarz-Grün, das wird funktionieren, denn das ist die Koalition unserer Zeit. Fliegen ja, rund um die Welt, aber mit schlechtem Gewissen. Ein Fahrrad haben, ein E-Bike, ein schönes und teures, aber absolut nie damit rumfahren. Fleisch frei leben unbedingt, aber eher so gefühlt, so wie ich. Ich bin Gefühlsvegetarier. Ich esse nur die Tiere, die ich hässlich finde. Darauf können sich sogar Merz und Habeck einigen.